Urlaub gekommen Julias, ich hab mal was für dich War was denn? Ja, einen Moment So, bringst du den Kaffee mal hoch und zwar zu dem, äh Ach, jetzt hab ich seinen Namen wieder vergessen Lee, hey Lee, ja? Ja Er hat Kaffee bestellt, einen Moment, ich sag dir auch eben, wie viel du kriegst Neun Dollar kriegst du von dem Herrn, ja? Der sechste Kaffee, sagst du, geht aufs Haus Für ihn Also fünf und sechs aufs Haus Genau, er muss nur fünf Also neun Dollar Das kann ich für dich tun Noch ein Bier Mitchie See Das weiße, weiße, heißt er, äh, ähm, Holster und Gürtel Was da mit Oh nein, wen haben wir denn? Oh, wann? Ja, das hast du nicht erfahren Ja, man, man, man Ja, wie hübsch kann meine Frau sein, so Den zweiten Wein, äh, egal, okay So Hallo 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 Äh, Lee Ja Einmal fünf Kaffee und einer aufs Haus Ich weiß aber nicht, wie du da hochkommen möchtest Das musst du gucken Ach, vielen, vielen Dank Das weiß ich nicht Sehr nett Also, der mit dem Gewehr ist ja nicht mehr hoch Die wird man sehr nett anhandelt Ach, schön Und macht neun Dollar Was hast du denn daran jetzt nicht verstanden? Neun Dollar Bitteschön Oh my god Bitteschön Oh, okay Bitteschön